Es waren ja spannende Tage und Wochen in der letzten Zeit. Was sagen denn zwei so gestandene, steinreiche Science-Fiction-Autoren wie ihr zu der UFO-Geschichte der letzten Wochen? Du spielst auf die US-Army-Sachen. Die Enthüllungsvideos. Wie viele waren es? Drei oder vier? Die abgeschossenen UFOs. Ach so, du meinst, ja. Das waren definitiv UFOs, aber halt eben im klassischen Sinne des Wortes. Ja, das waren irgendwelche Spionageballons. Ich behaupte mal bei alledem, dass das eine bewusste Provokation auch gewesen ist, weil diese Geschichte ist ja dermaßen offen da durchgezogen worden. Diese Dinge mussten entdeckt und abgeschossen werden. Und ich sehe das halt als so ein Provokationsakt an. Und da machen natürlich dann ein paar Leute auch ganz schnell wieder mehr draus, als es gewesen ist. Und dann waren es halt echt die Aliens. Also ich denke, das waren irgendwelche provokanten Akte. Von wem weiß ich nicht, ob es wirklich jetzt China war, ob es woanders herkam. Aber die zweiten Abschüsse, also die nach dem Ballons, ich glaube, auf die spielst du auch an, das waren eben ja keine Ballons. Das ist ja das, was eben so aufkochend an der Geschichte ist. Das ist schon schwer, weil ja auch die USA sich da eine ganze, also bis jetzt offensichtlich, ich weiß nicht, ich habe die neuesten Sachen nicht gelesen, aber als ich es vor ein paar Tagen gelesen habe, schien die USA, die US Army noch nicht genau zu wissen, was sie da vor sich hat. Wobei man wirklich sagen muss, wenn die Gerätschaften, wir nennen es mal so, oder die unidentifizierten Flugobjekte wirklich im Sinne des Wortes unidentifiziert abgeschossen worden sind, dann kann man auch davon ausgehen, dass wir da keine überlegene Technologie vor sich haben, vor uns haben. Das spricht dann wieder für ein sehr irdisches Objekt. Vor allem, es ist ja auf dem Präsentierteller serviert worden. Ja, es ist so offensichtlich eingesetzt worden, was auch immer. Also ich habe das jetzt auch mal als Ballons bezeichnet, weil ich schätze mal, so was wird es sein, weil sechseckige Objekte, die du in der Atmosphäre irgendwie da, ja, was soll es groß anders sein? Nein, aber gut, da mag ich mich irren. Das sind Sachen, die erwischt werden sollten, behaupte ich einmal. Ja, diejenigen, die das hochgeschickt haben, die wussten ganz genau, das wird entdeckt und wird auch abgeschossen. Ja, keine Ahnung. Ich habe mich auch gewundert, dass das so offen kommuniziert wurde, dass da direkt erzählt wurde, die wurden abgeschossen, nach den Teilen wird gesucht, etc. PP, ich habe mich schon gewundert. Das werden wohl schon irgendwelche Gerätschaften zur Spionage sein. Ja, das kann ich mir schon gut vorstellen. Aber wie der Reinhard schon sagte, wenn man das einfach so abschießen kann, dann kann es so fürchterlich überlegen jetzt auch nicht sein. Wir haben ja im Jahr 2021 eine ganz klare Änderung in der Informationsagenda des Department of Defense erlebt. Wir haben ja erlebt, dass Videos veröffentlicht worden sind, die unter Verschluss waren, die ja auch bis heute noch nicht eindeutig geklärt sind, obwohl die Wissenschaftler da sehr stark drüber diskutieren. Du weißt, von welchen Videos das sind die, die Thorsten angesprochen hatte, diese Videos. Ja, dachte ich zuerst, du würdest, das war eigentlich ja das andere. Ja, genau, dachte ich im ersten Moment auch. Da ist ja auf Seiten des Verteidigungsministeriums einiges passiert. Die haben ja auch eine neue Kommission ins Leben gerufen, die halt diese Vorfälle wirklich untersuchen soll, weil die sich in den USA sehr erhöht haben, diese Sichtungen. Also es sind ja wesentlich mehr Vorfälle verzeichnet worden als in den Jahren davor, obwohl immer mal natürlich Vorfälle da waren. Aber es hat sich jetzt halt geändert, dass die USA vieles einfach nicht mehr ohne weiteres identifizieren kann. Ob das an neuen Technologien liegt oder ob das einfach auch daran liegt, dass das Militär das so noch gar nicht auf dem Schirm hatte und deswegen halt auch noch die Radartechnik da gar nicht so drauf ausgerichtet war. Das ist alles schwer zu beurteilen. Aber jetzt sind die halt wesentlich wacher geworden und schicken sehr viel schneller auch Jets hoch. Und dadurch häufen sich natürlich auch die qualitativ hochwertigen Sichtungen, ohne irgendeine Wertung abzugeben. Also ich sage mal ganz klar, fragt man mich nach meiner Meinung, denke ich auch, dass das rein irdische Objekte sind, egal welcher Couleur auch immer, egal woher auch immer, weil dafür in den meisten, in den allermeisten Fällen, ich glaube bis auf ein Video von denen die geflogenen Manöver mehr zu irdisch oft sind. Obwohl auch da muss man sagen, wir haben Ausschnitte in diesen Videos jetzt nochmal darauf zurückzukommen, von ungefähr einer Minute oder weniger gesehen. Das heißt, wir kennen nicht die ganzen Videos, das ist der eine Punkt. Und ähnlich geht es uns ja jetzt auch. Es wird ja immer, wir werden informiert, aber wir werden ja nicht umfänglich informiert. Von den Teilen hat man mal, glaube ich, ein Foto von oben gesehen, aus dem Helikopter rausgeschossen. Also ein paar, einen kurzen Videoabschnitt, wo man halt einige Teile schwimmen sah. Das waren aber die Ballons ganz offensichtlich. Und ich glaube, was die neuen Abschüsse anbelangt, ist bis jetzt gar nichts weiteres an die Öffentlichkeit gedrungen. Und das Ministry of Defense wird so seine Gründe dafür haben. Ich wollte da nur anfügen, man darf auch nicht vergessen, dass mittlerweile auch hochdekorierte Wissenschaftler sich mit der Thematik seriös auseinandersetzen. Prominent ist das Beispiel Avi Loeb mit diesem Oumuamua. Der hat ja auch nicht behauptet, dass es irgendein Riesen-Ufo, das da vorbeifliegt, eine Erde beschießen will oder so. Sondern er hat einfach nur gesagt, ja, das ist ein Objekt, bei dem einiges darauf hindeutet, dass es künstlicher Natur ist. Und die Menschen oder die Menschheit kann es wohl schlecht hochgeschossen haben, weil es kam ja aus einer ganz entgegengesetzten Richtung. Und ich denke, das sind alles Sachen, die ein bisschen auch dazu beigetragen haben, dass man mit der Thematik ein bisschen anders umgehen muss, als das noch vor relativ kurzer Zeit, vor relativ wenigen Jahren passiert ist, wo sowas eben gerade von offizieller Seite ja oft lächerlich gemacht wurde. Dass gesagt wurde, ja gut, das sind so ein paar Spinner, die da eben glauben, da ist irgendwas und etc. pp. diese Herangehensweise, die der Reinhard da beschrieben hat, das spielt sicherlich eine Rolle. Dass halt eben die Wissenschaft da mittlerweile sich seriös mit beschäftigt. Und dafür haben wir immer noch keinen Beweis oder deutliche Hinweise darauf, dass es eben in Anführungsstrichen UFOs im Sinne außerirdischer Raumschiffe gibt. Aber es ist immerhin eine seriöse Art der Beschäftigung. Avi Lüb wird übrigens leider sehr oft falsch zitiert. Ja, ich weiß. Das Gesagte wird oft falsch wiedergegeben. Man hat es oft in Zeitungen gelesen oder man liest jetzt noch in Artikeln online, dass da steht, Harvard-Professor behauptet, dass Oumuamua irgendwie eine außerirdische Technologie war. Dabei ist es so einfach. Man braucht sich nur das Buch zu kaufen. Das Buch kostet nicht die Welt. Das Buch ist sehr schön leicht zu lesen, auch für Leute, die halt eben jetzt keine akademische Bildung in der Richtung haben. Der Lüb hat da schön das allgemein verständlich gehalten. Und da steht natürlich kein Wort darüber drin. Nein, nein, das ist der Nachteil davon, dass dem dann in den Mund gelegt wird. Irgendwo habe ich auch gelesen, der hätte behauptet, das wäre ein außerirdisches Generationenschiff, wo halt irgendwelche biologischen Kulturen drin angelegt seien. Ja, da steht in dem Buch natürlich kein einziges Wort drüber drin. Das sind Geschichten, die dann leider da drum herum gesponnen werden. Aber das ist in dem Themenkomplex ja auch noch nie anders gewesen. Das liegt aber zu einem großen Teil daran, wie der Themenkomplex lange behandelt worden ist. Es ist ja nicht so, dass die, wenn wir über Ufologie als solches reden, dass die immer nur von Nein praktiziert worden ist. Ich denke an Herrn Heineck, der promovierter Physiker war, ein sehr hoch dekorierter, gelobter Physiker, der Projekt Blue Book mit initiiert hat. und das ist heute bekannt, das kann man heute so sagen, im Grunde genommen abgewürgt wurde. Und der auch ja nie behauptet hat, dass es sich um Ufos, Außerirdische und sonst was handelt, sondern der halt einfach anhand seiner Statistiken belegen konnte, dass sich eben nicht jeder Fall, wie es die Regierung dann behauptet hat, ohne weiteres erklären lässt. Und das ist ja ein Stand, der bis heute noch so ist. Wir haben heute, ist der Forschungsstand immer noch in der Richtung, wie er schon vor 50 und 60 Jahren war. Nämlich, dass man sagt, dass von allen Sichtungen, die man macht, ein Rest zwischen 2 und 5 Prozent bleibt, der letzten Endes nicht hundertprozentig aufklärbar ist. Und selbst wenn wir jetzt nur davon ausgehen, wir haben, wir gehen vom niedrigeren Wert aus, weil in der Wissenschaft, wenn man über Wissenschaft redet, dann versucht man vorsichtig zu agieren. Und man kann natürlich optimistisch denken, aber man sollte, wenn man wissenschaftlich arbeiten möchte, solche Dinge möglichst pessimistisch angehen, von der pessimistischen Seite aus, meiner Meinung nach, sodass wir jetzt von einem Wert von 2 Prozent ausgehen, selbst dann muss man ja sagen, auch diese 2 Prozent sind letzten Endes erforschenswert, wissenschaftlich erforschenswert. Und das Problem ist, dass zu viele Laien, die von sich glauben, wissenschaftlich zu arbeiten, letzten Endes in die Ufologie eingedrungen sind und diesen jungen Protowissenschaftszweig, weil Ufologie ist keine anerkannte Wissenschaft, und es gibt ja diese zwei Möglichkeiten, man nennt es eine Pseudowissenschaft oder eine Protowissenschaft. Leute wie Heineck, Löw und so weiter weisen eher darauf hin, dass wir uns im Bereich einer Protowissenschaft befinden, also in einem Forschungsfeld, das noch nicht als offizielle Wissenschaft anerkannt ist, für diejenigen, die sich da nicht ganz so gut auskennen, aber das eben erforschenswert ist. Und ich finde, mit den Veröffentlichungen der US-Regierung sind wir genau diesem Ziel, zu sagen, wir müssen das Phänomen unidentifizierter Flugobjekte oder unidentifizierter unterseeische Objekte, also USOs in dem Fall, das muss seriös wissenschaftlich erforscht werden, und zwar im Universitätsdiskurs. Und da, finde ich, bewegen wir uns ein Stück weit drauf zu im Moment. Und das wäre sehr wünschenswert. Aber ich finde persönlich jetzt da gar nichts Schlimmes dran, wenn sich da auch Laien einbringen. Schlimm finde ich, wenn es Laien sind, bei denen der Wunschvater des Gedanken ist, die sich halt da rein verrennen, jawohl, das sind dann außerirdische Raumschiffe und die sind gekommen, um uns zu retten oder um uns zu bedrohen, oder weiß der Kuckuck was, wo halt eben die Sachlichkeit fehlt. Ich denke, dass Laien und Wissenschaftler da schon durchaus Hand in Hand arbeiten könnten oder es können. Und das ist... In einem gewissen Rahmen, wenn es um Sichtungen geht, Hobbyastronomen, die mit ihren Teleskopen Sichtungen... Zum Beispiel, ja. Zum Beispiel. Das mag sein. Aber wir haben in der Ufologie einen großen Zweig an Leuten, die Befragungen durchführen, und die versuchen, Fundsituationen zu interpretieren, also Fundstätten zu interpretieren, die eigenständig, ohne entsprechende Ausbildung, Grabungen durchführen und so weiter, die Funde untersuchen lassen in Laboren, die einfach oft nicht dafür wirklich qualifiziert sind. Und da gebe ich dir jetzt mal ein Beispiel. Ich kann mich jetzt hinsetzen und kann mit euch ein Gespräch führen und kann euch interviewen. Aber im Endeffekt, weil ich eigentlich an die Existenz von Ufos glauben möchte, würde ich immer, wenn ich nicht sehr gut geschult bin, meine Fragen auf die ein oder andere Art suggestiv stellen. Und damit ist das ganze Interview wertlos letzten Endes. Ja, da hast du es ja schon erfasst, weil du an Ufos glauben möchtest. Ja, und das ist halt eben, wenn bei Leuten der Wunschvater des Gedanken wird und dann geht die Sachlichkeit den Bach runter. Das ist ein klarer Fall. Ja, in dem Augenblick, wenn ich halt eben, ich nehme mal mich selber als Beispiel, mir macht das auch, ich bin Science-Fiction-Fan und mir macht das natürlich so ein prickelndes Gefühl im Bauch, wenn ich Bücher lese von Bud Hopkins, ich weiß nicht, ob euch der noch was sagt, ist ja einige Jahre verstorben, der das immer wieder sehr propagiert hat, jawohl, die sind hier auf der Erde, die haben immer wieder Leute sich rausgeholt, die diese über Jahre untersucht haben. Tralala, das macht mir natürlich ein prickelndes Gefühl im Bauch. Und ich liebe es, mir das vorzustellen, dass das Wirklichkeit sein könnte. Aber dann setzt bei mir auch irgendwo wieder dieser Punkt ein, wo ich mir sage, nee, das sind alles Sachen, das ist samt und sonders unbewiesen. Das sind letzten Endes nichts anderes als Behauptungen. Eine echte wissenschaftliche Überprüfung hat da nicht stattgefunden. Die kann auch gar nicht stattfinden. Wie willst du das denn machen? Ja, bei Fällen, die 50, 60 Jahre noch länger her sind. Und dann kommt halt eben die Erkenntnis, natürlich möchte ich das gerne glauben. Ja, aber zwischen möchten und tatsächlich tun, da ist ein großer Unterschied. Und wir kommen dann halt oft in diesen Bereich ran, den wir auch übrigens aus dem Paleocity-Bereich sehr gut kennen, dass wir sehr oft in den Bereich kommen, dass in Artikeln Argumente in der Richtung von sieht aus wie ist gleich fallen. Das ist, da kann der Artikel, und das möchte ich an der Stelle einfach mal betonen, noch so schön wissenschaftlich aufgebaut sein, rein optisch gesehen. Es mag im Harvard-Teil zitiert werden und all das, was halt an Universitäten oder eben auch, wenn du irgendwo anders studierst oder Facharbeiten veröffentlichst, halt üblich ist. Aber letzten Endes stimmt die Methodik einfach nicht, weil es gar kein, erstens schon mal bei sieht aus, ist wie gibt es keine Methodik. Das ist eigentlich auch logisch, wenn man sich das so überlegt. Wenn ich behaupte, es sieht aus wie, und es ist gleich, gibt es nicht die geringste Möglichkeit, das empirisch zu beweisen. Gott, was müsste ich dann von manchen Leuten denken. Gott sieht aus wie ist gleich. Gott, was wäre ich reich, wenn es anders wäre. Ja, also, und deswegen, ich möchte nicht sagen, dass viele Autoren, auch aus dem Paglioseti-Bereich, nicht wundervolle Ideen haben. Absolut. Ja, also, ja, und ich möchte auch gar nicht jedem Forscher unterstellen, dass er seine Arbeit nicht gut macht. Das möchte ich gar nicht. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel wirklich, wir schauen uns die Glühbirnen von Dendran, das finde ich immer ein sehr, sehr gutes Beispiel, ja, die von Habeck und Kresser, glaube ich, hießen die beiden Autoren, wenn ihr es richtig im Kopf habt. Ja, Reinhardt Habeck und Kresser. In ihrem Buch, das an sich gar nicht schlecht ist, aber das ganze Buch zielt im Endeffekt schon darauf ab, diese Hieroglyphen als Glühbirnen zu erklären. Und das ist kein wissenschaftlicher Ansatz, sondern der wissenschaftliche Ansatz stellt nicht die Frage, das sieht aus wie, also müsste es ja sein und das überprüfen wird, sondern die Wissenschaft fragt, was ist das? Und versucht sich dann möglichst viele Optionen offen zu halten, um auf diesen Weg zur Wahrheit zu gelangen oder zumindest möglichst nah heranzukommen an die Wahrheit. Und dazu kommt natürlich noch, dass ich glaube, ich habe es in Erinnerung, dass weder Habeck noch Kresser in der Lage waren, die Hieroglyphen zu übersetzen, mit denen sie da gearbeitet haben, was natürlich ein sehr großes Manko ist. Wenn du Texte interpretierst und die aber selber nicht übersetzen kannst, dann ist das ungefähr so, als wenn du einen Film in Englisch guckst und dich darauf verlassen musst, dass dein portugiesischer Nachbar, der aus dem Dorf kommt und nur Portugiesisch spricht, dir das richtig übersetzt. Ist einfach so. Ja, das weiß ich jetzt nicht, ob die mit der Übersetzung, da lasse ich das, was du sagst, einfach mal so stehen, das weiß ich nicht. Die haben vorhandenes Textmaterial benutzt, ich kenne das ausgehende Textmaterial, was die verwendet haben. Aber das habe ich, das ist auch lange her. Es ist schon, die haben schon insofern gut gearbeitet, dass die natürlich ägyptologisches Fachmaterial auch verwendet haben. Das ist schon richtig. Aber letzten Endes können die nicht überprüfen, ob die Kollegin oder der Kollege da vielleicht sich an irgendeiner oder einer anderen Stelle verhauen hat. Und sie haben noch was gemacht, sie haben den Text des Fachwissenschaftlers interpretiert. Ja, also das heißt, sie haben aus dem Text irgendwelche Schlüsse gezogen, die sie aber nicht ziehen konnten auf diese Art und Weise. Ist ja nur ein Beispiel. Wie gesagt, das macht das Buch nicht schlecht. Das Buch ist schön, das ist toll. Die haben sich große, große Mühe gegeben. Aber hier wird halt der Unterschied offenbar, wenn sich da ein Ägyptologe dran setzt und daran arbeitet oder eben ein Nicht-Ägyptologe. Und diese Unterschiede, darauf will ich hinaus, sind in der Ufologie auch sehr, sehr häufig zu sehen. Weil du vorhin die Paläocity angesprochen hast und jetzt eben die Interpretation alter Texte und Schriften oder Bibelferse oft, die dann so ausgelegt werden, dass es eben, was weiß ich, war Götter von oben oder Flugmaschinen etc. pp. Klingt sehr interessant immer. Ich finde das auch sehr spannend. Aber reicht mir oft nicht. Und wie du schon oder wie Thorsten schon gesagt hat, der Wunsch ist der Vater des Gedanken bei dieser, bei der Auslegung diverser Texte. Wir hatten letztens einen Podcast, der ist noch nicht draußen jetzt, fand ich ganz spannend, das Thema. Da ging es um den Brunnen, den heiligen Brunnen, Santa Cristina, glaube ich, heißt der. Und Grüße gehen raus an Heini Morariu, der hat mir davon erzählt, Morariu. Er sagt eben, dieser Brunnen, das ist kein Brunnen, um das da mal Wasser geholt wurde oder Leute von getrunken haben etc. pp. Das ist ein Brunnen, der ist sieben Meter hoch. Unten ist eine, also der ist als Basalt. Unten hat er eine Bodenplatte, ist ja für einen Brunnen schon ungewöhnlich, dass eine Bodenplatte drin ist. Und das sind zwei kreisförmige Runde, ja Ringe, sag ich mal, ich sag mal eingebrannt, in den Worten, die er jetzt benutzt hat. Eingebrannt. Von diesem Brunnen seitlich rein bis ganz nach unten führt eine Treppe. Die fängt oben ganz breit an und wird also trichterförmig schmaler nach unten. So. Ist ja für einen Brunnen sowieso schon ungewöhnlich. Brunnen, und unten, wenn du am Brunnen stehst, am Boden des Brunnen stehst, dann hast du so eine Stufe, ich würde jetzt einfach mal von den Bildern her schätzen, so 20, 30 Zentimeter maximal, wo sich Wasser sammeln kann. Also für einen Brunnen zum Wasser holen ist ja das ja unlogisch. Erstmal die Bodenplatte macht keinen Sinn, dann hast du nur 30 Zentimeter, 20, 30 Zentimeter, wo sich Wasser sammeln kann. Heini ist der Meinung und hat den ganzen Brunnen nachgebaut aus Edelstahl und hat eine steinerne Platte reingelegt und hat dann, er ist der Meinung, um es jetzt vorwegzunehmen, es waren Raketenabschutzung, Silo, von ganz, 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 ganz früher, von vermeintlichen, sagen wir mal, außerirdischen Zivilisationen, die uns besucht haben. Er sagt, das war ein Raketenabschuss, eine Raketenabschussvorrichtung für Raketen, die man vielleicht mit einem Sprengkopf versehen konnte, etc. pp. Er hat diesen kompletten Brunnen nachgebaut, in, ja, keine Ahnung, was für ein Maßstab, ein bisschen, schon recht groß, aber jetzt nicht irgendwie original oder so. auf jeden Fall, Edelstahlrohr, diesen Trichter nachgebaut, der die Treppe simulieren soll. Er hat das auch gut erklärt. Die Rakete steht da drin, diese Treppe, die Trichterförmig nach oben führt, dieser Ausgang, der muss da sein, damit die Abgase raus, weil Heini arbeitet bei Porsche, kennt sich mit all diesen Dingen auch relativ gut aus. Er hat sehr viel Fachwissen, was solche Dinge angeht, Antriebe und Ausstoß und solche Sachen und hat das wahnsinnig gut erklärt. Für ihn, um es jetzt mal abzukürzen, für ihn ist das die einzige Möglichkeit, wofür dieser Brunnen gedient haben kann. Mittlerweile, also wurde dann irgendwann vor vielen, vielen, vielen Jahren wurde der verschlossen mit Steinplatten oben. Also er ist oben nicht mehr offen im Moment, glaube ich. Aber für ihn kann es nur das sein. Nachdem wir das Gespräch beendet hatten, hat der Kollege Oktavian Bartoschewski, der dabei war, Herausgeber der Zeitung Relikte der Geschichte, cooler Typ, bisschen Werbung machen hier, der hat gefragt, gibt es denn irgendwas anderes Besonderes an dem Brunnen oder an der Gegend? Da war leider die Aufnahme schon beendet und Heini sagt, ja, einmal im Jahr scheint der Mond direkt in diesen Brunnen und hat mich gesagt, das habe ich mir die ganze Zeit schon gedacht. Da führt eine Treppe runter, die oben breiter ist, unten wird sie ganz, wenn du oben bist, passen vielleicht, keine Ahnung, zehn Menschen nebeneinander, unten vielleicht nur noch eine oder maximal zwei. Jetzt habe ich gesagt, vielleicht stand da drin eine Statue oder ein Altar, irgendwas, der wurde einmal im Jahr besucht, da kam jeder heran, die konnten sich oben sammeln, die Leute an der Treppe und du musstest eben vielleicht unten, weil es unten so schmal ist, wie eine normale Tür, sag ich mal, ungefähr, vielleicht bist du da alleine reingegangen, konntest niederknien, konntest beten oder konntest eine Opfergabe hinlegen, irgendwas, und dann macht das Ding für mich jetzt viel mehr Sinn als eine Raketenabschussrampe, wenn ich ganz ehrlich bin, ich will nicht Heinis Theorie kleinreden, ich finde das super, dass er das alles nachbaut und sich so mega intensiv damit beschäftigt, aber er hängt ein bisschen sehr auf dieser Idee fest, dass das ein Raketenabschusssilo ist, also alles andere zählt für ihn so nicht, aber mit dem Wissen jetzt, dass da der Mond einmal im Jahr so komplett reinscheint und richtig extrem über diesem Brunnen steht, macht das andere für mich jetzt persönlich mehr Sinn. Gut, das auch, es kann auch genauso gut ein Initiationsritus zum Beispiel gewesen sein, ja, also das, ja, also wie gesagt, Möglichkeiten, Interpretationsmöglichkeiten gibt es da viele und das ist das, worauf ich gerade hinaus wollte, dass ich einfach sage, dass wir uns doch vielleicht darauf konzentrieren sollten, zuerst mal auch die logischste und am leichtesten zu erklärende Lösung in Betracht zu ziehen, bevor wir ans Abstrakte gehen, ja, weil ich sehe das, Orkheims Rasiermesser, genau, genau und ich sehe das natürlich so wie du auch, ja, allein schon die Tatsache, dass einmal im Jahr der Mond so steht, dass er von oben quasi in einem Winkel von 180 Grad in dieses Objekt reinscheint, und dieses Objekt übrigens auch glaube ich aus Stein ist, wenn ich das richtig verstanden habe, ja, so, also, was ja ein Raketensilo an sich schon eigentlich ab Absurdum führt. Basalt übrigens, entschuldige bitte, Basalt, ich weiß jetzt nicht, die, Basalt ist schon ein sehr hartes Gestein, also das kann man jetzt, das kann man jetzt nicht, das, das wird, das, das würde ich nicht als Argument jetzt anführen, sondern was für mich ein Argument mehr ist, es ist ja nachgewiesenermaßen so, dass alle, wirklich alle, alten Kulturen, ob groß oder klein, in irgendeiner Weise einen Mondkult betrieben haben. Ja, der Mond ist ja bis heute, bis in die moderne Welt rein, ist der Mond so eine faszinierende Geschichte, da werden geheimnisvolle Kräfte zugeschrieben, die der Mond angeblich hat und der Mond hat heilende Kräfte und der Mond kann Glückbringer sein, kann Pech bringen, etc. pp. Und dem Mond hat man in diesen Zeiten eine noch weit höhere Bedeutung zugemessen, als das heute geschieht und allein das ist wissenschaftlich nachgewiesen. Und allein aus diesem Grund halte ich das für wahrscheinlicher. Wenn er wirklich selber sagt, dass der Mond da einmal im Jahr zu einer bestimmten Zeit reinscheint, klar, vielleicht war es auch, dass die Menschen dann im wahrsten Sinn des Wortes im Mondlicht gebadet haben, weil sie sich irgendetwas versprochen haben, das durfte vielleicht nur ein Auserwählter machen, vielleicht war das jemand, der da durch irgendwelche Rieden vorher festgeschrieben wurde, dieses Jahr ist der das und oben guckten die Leute, wie der da unten im Mondlicht badete. Das ist jetzt so eine Idee, die mir da ziemlich spontan kam, als ich gehört habe, dass sich das nach unten hin verengt. Und ich glaube auch, wenn wir uns mit dem Thema intensiver befassen würden und würden uns archäologische Grabungsberichte zurate ziehen, die mit Sicherheit dort, es wurde mit Sicherheit dort auch gegraben, davon gehe ich mal aus. Und wenn wir uns diese Primärliteratur, die Primärquellen zurate ziehen, dann denke ich, wird man dort auch auf Funde stoßen, die eben eher die erste Theorie stützen als die zweite. Was Thorsten sagt, stimmt nämlich auch absolut. Wir haben solche Funde aus Stonehenge, wir haben die Himmelsscheibe von Nebra, um mal zwei solche Beispiele jetzt zu erwähnen, die so ganz prominent sind. Ja, wir haben natürlich in Ägypten den Gott Thoth, der gleichzeitig der Gott des Wissens und der Gott der Schreiber war. Es gibt also so viele Beispiele, die darauf... Bei dem Maya, dass dieses, ich komme jetzt nicht drauf, welche Städte das ist, wo der Mond dann ganz genau da an einer bestimmten Stelle in den Ruinen steht und so weiter. Ja, also solche Beispiele von großem astronomischen Wissen antiker Kulturen gibt es also viele. Nicht nur übrigens in Bezug auf die Sonne, sondern auch in Bezug auf den Mond, sondern auch in Bezug auf die Sonne. Ja, natürlich. So das letzten Endes. Eben ich auch bei allem Wunsch und ich habe da früher... Ich bin ja zur Wissenschaft über Erich von Däniken gekommen, das habe ich glaube ich schon mal in einem früheren Podcast erzählt, weil ich ein großer Verehrer war und weil mich das sehr mitgerissen hat, was der geschrieben hat und man muss, wenn man Erich von Däniken kennt, dann weiß man, dass der Erich bis heute felsenfest von seiner Theorie überzeugt ist und dass er immer wieder, aber auch selbst gesagt hat, dass er sich eine wirklich wissenschaftliche Forschung wünschen würde. ob er wissenschaftliche Ergebnisse... Ich sage mal als Beispiel die Grabplatte von Palenque, das ist ein gutes Beispiel, die von einem bekannten Altamerikanisten in Bonn, Nikolai Grube heißt der gute Mann, übersetzt wurde, ist einer der größten... Weltweit einer der größten Experten auf dem Gebiet und wir wissen, was es ist und man muss das natürlich dann auch anerkennen, man muss auch in der Lage sein, zu sagen, ich habe mich hier geirrt an dieser Stelle. Das ist vielleicht nicht ganz so Herrn von Dänikens Welt, das zu tun, aber nichtsdestotrotz habe ich diesen Mann sehr verehrt und bin darüber halt überhaupt erstmal auf die Idee gekommen, auch ein Fachbuch in die Hand zu nehmen. Beehre den immer noch allein schon für die unglaubliche Fantasie, die hinter all dem steckt, was er macht. Ich bin selber auch, ich bezeichne mich als wohlwollenden Skeptiker, das ist sogar ein Spitzname von mir in manchen Kreisen und trotzdem verehre ich den Erich von Däniken allein wegen der großen Vorstellungskraft und auch dieser unheimlichen Vehemenz, mit der er seine Theorien verteidigt und das kann ich nicht umhin zu bewundern, ich lese ihn auch immer noch gerne. Das Tolle an diesen Theorien ist ja, da sind wir ja eigentlich bei dem Thema, bei dem wir eigentlich sein wollten ursprünglich mal, dass viele Autoren, inklusive natürlich Erich von Däniken, eben auch sehr visionär in Bezug auf Technologien halt oft eben auch denken oder gedacht haben und sich dann eben auch um einige Bilder zu erklären, immer mit dem Wissen mit ihrem persönlichen und auch mit dem Wissen der Zeit, in dem ihre Werke entstanden sind, sich ganz tolle Zukunftstechnologien oft auch ausgedacht haben, die unglaublich viel Spaß gemacht haben und jetzt muss man bei Däniken sagen, Däniken ist einfach ein fantastischer Verkäufer. Das war der damals, das ist er heute, er hat jegliche Chancen genutzt, er hat Filme gemacht, er hat Hörspiellizenzen vergeben und ich glaube, es gibt insgesamt fünf Hörspiele mit ihm, eine Trilogie und eine Zweierserie, die habe ich alle fünf, also ich kenne keine weiteren Comics, es gab auch Comics, stimmt, stimmt, zu den Hörspielen gab es Comics, die habe ich alle, ich glaube, die Comics waren sogar zuerst da und die Hörspiele wurden danach produziert, meine ich. Genau, wo es dann auch im Zeitmaschinen und so ging und eben Machu Picchu eine Rolle spielte, die Götter aus dem Weltraum, genau und das ist natürlich etwas, was uns Menschen triggert, weil erstens sind sehr viele von uns sehr darauf erpicht, vielleicht doch nicht die einzige Spezies im All zu sein und daran zu glauben, dass es eben da draußen noch mehr gibt als nur uns, daran glaube ich übrigens fest, das würde ich gerade sagen, das ziehe ich nicht in Zweifel. Also das ist, doch, ich ziehe das und ich glaube dran, aber ich ziehe es trotzdem in Zweifel, bis es bewiesen ist. Ja, also das ist wieder der Unterschied, etwas zu glauben und etwas nicht in Zweifel zu ziehen, sind zwar verschiedene Paschur, ich kann an Gott glauben und trotzdem sagen, naja gut, vieles aus der Bibel stimmt nicht und das ist ja mein Gut. Das hinkt aber jetzt, weil die Bibel ist nachgewiesenermaßen, ist eine Sammlung von Schriften, die nicht das geringste miteinander zu tun haben, die völlig unterschiedliche Ursprünge teils haben, aber ich weiß, was du meinst. Ja, das war jetzt auch mehr ein plakativer Vergleich jetzt in dem Fall. Aber diese Vorstellung damals, so dieses, dass der König von Palenque von Außerirdischen besucht worden ist und mit einem Motorradartigen Shuttle quasi in die Lüfte gestiegen ist, ich glaube, man hat ihn damals auch noch Schläuche, glaube ich, an den Körper interpretiert, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, das war natürlich etwas, was mich zutiefst begeistert hat und ich würde Nikolai Grube nicht kennen, hätte ich das nicht gelesen, weil dadurch bin ich ja überhaupt erst mal losgegangen und habe gesagt, so jetzt will ich mehr darüber wissen und leider ist es halt oft so oder vielleicht auch gar nicht leider, ist es oft so, dass du je mehr du dann liest, also je mehr du dich in das Fach, an das Thema wirklich einliest, desto skeptischer wirst du auf der anderen Seite. Aber das ändert ja nichts an den, wie Thorsten richtig sagt, visionären Gedanken, die da sind, die wir auch, lass uns einen ganz klassischen Vergleich ziehen, die wir zum Beispiel auch aus Star Trek kennen. Wie viele Technologien, die 1966 in Star Trek liefen, sind uns heute ohne weiteres geläufig. Und ohne dieses Visionärsdenken wird es ja vieles in der Form so nicht geben. Und insofern muss man vielen Autoren, ufologischen Autoren, aber auch Paiosetia-Autoren, was das anbelangt, was ihre Fantasie und ihren Visionärsgeist anbelangt, schon auch Respekt zollen. Absolut. Ein Beispiel, was ich immer gern anführe, das ist John E. Mack, der diese Alien-Abductions untersucht hat, diese angeblichen Fälle, wo Menschen halt von Aliens entführt sind. John E. Mack, ganz kurz zur Erklärung für die Leute, die es nicht wissen, war ein Harvard-Professor der Psychiatrie und Neurologie, glaube ich. Also auf jeden Fall, er war Psychiater. und hat unter diesem Gesichtspunkt diese Fälle untersucht und er hat am Ende gesagt, ich weiß nicht, was den Leuten widerfahren ist, aber es sind bei weitem nicht alles Lügner. Ja, allein eine solche Aussage, der hat natürlich nicht gesagt, ja, ja, die sind von Aliens entführt worden, aber der hat gesagt, irgendwas ist da vorgefallen, sonst hätten diese Leute, sonst wäre das nicht. Ja, und solche visionären Leute gibt es einige, ich meine, gut, John E. Mack kommt jetzt nicht aus diesem Bereich, der ist in diesen Bereich reingegangen, aber eben, genau das, diese unglaubliche Vehemenz eines Erich von Däniken, natürlich beeindruckt mich, das trotz allem Skeptizismus. Ja, er hatte mal gesagt, womit wir dann auch ganz schnell ja wieder bei der Science Fiction sind, die Erbsenzähler bestimmen nicht die Welt, sondern es sind die Phantasten und Phantasten sind die ganzen Science Fiction Visionäre gewesen, ob das jetzt ein Gene Roddenberry gewesen ist, ob das ein George Lucas ist, ob das ein Hamilton, Edmund Hamilton ist, das waren alles Phantasten. Ich sehe das ähnlich wie du mit Erich von Däniken, ich finde den auch spitze, den Mann, ich finde das super, ich lese seine Bücher und finde das alles sehr interessant, gehe bei Weitem nicht überall mit, also bei Weitem nicht, ich finde die Ideen halt wirklich sehr interessant, aber kann mich mit vielen überhaupt nicht identifizieren, ich lese es mir gern durch, reg meine Fantasien wie bei euch, aber muss ich jetzt nicht ultimativ glauben. Es ist spannend auf jeden Fall, vieles sehe ich komplett anders, auch zum Beispiel die Sache mit dem Brunnen da, wie gesagt, manche Sachen liegen für mich so dermaßen näher als die Grundidee, die da jemand angebracht hat, dass ich die eigentliche Idee, mit der jemand rauskam, fast gar nicht mehr nachvollziehen kann, wie der zuerst darauf kommt und nicht auf das Offensichtlichste, wie bei den Brunnen zum Beispiel, wir gesagt haben, vielleicht handelt es sich um einen Mondkult oder Ritual, Brunnen musst du jetzt auch nicht wörtlich nehmen, dass du sagst, Brunnen für Wasser oder so, das musst du jetzt auch nicht so interpretieren, dass es wirklich ein Problem ist, um Wasser zu holen. Davon schon mal gehört, vielleicht sogar bei euch, ich gucke euch ja auch. Wir haben doch ein ähnliches Phänomen bei dem Raumschiff von Hesekiel gehabt, ja, kannst du ganz sich erinnern, Thorsten, Blumrich, Professor Josef Blumrich, genau, wo dann wirklich eine Tempelruine und der Blumrich, der war Luftfahrtingenieur, ja, das habe ich glaube ich richtig in Erinnerung, der war bei der NASA, also später. Ja, also wirklich ein hochgebildeter, technisch-wissenschaftlich hochgebildeter Mann, der dann wirklich gesagt hat, ich habe das alles ausgemessen und ich habe gemacht, getan und eigentlich passt da nur eine Art Shuttle rein und der hat dann auch gezeichnet, wie dieses Shuttle ausgesehen haben muss, um dort reinzupassen. Wenn du dieses Buch liest, das ist aus den 70ern irgendwann und es gab nochmal ein zweites Werk, aus etwas späterer Zeit, einmal eins über den Tempel und einmal eins über das Schiff Thorsten, war das glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also ich habe zu beide... Ich glaube von Blumrich selber gibt es glaube ich nur eins. Das mit dem Tempel. Aber es gibt ein zweites... Natürlich, es gibt mehrere natürlich. Ja, aber es gibt zwei... Der Dale und Sassoon da auch nochmal was gemacht. Die hatten ja auch das mit der Mannermaschine dann geschrieben. Ja, genau, die Mannermaschine. Erinnere ich mich auch gut dran. Das ist, wenn du das liest und wenn du die Zeichnungen siehst und die ganzen technischen Zeichnungen, die Blumrich angefertigt hat, dann ist das sehr glaubwürdig. Natürlich. Das flasht einen. Ja, ja, genau. Das flasht einen. Ich habe das damals gelesen und ich habe... Boah! Das war so meine Reaktion. Ich war da vielleicht 15, 16. Da glaubst du sowieso, alles was in Büchern steht, weil wird ja nichts gedruckt, wo nicht die Wahrheit drin steht. Als drittes Beispiel könnte man noch die Vimanas anführen. Das ist auch ein sehr gutes Beispiel. Gibt es ja auch ein Werk von einem indischen... Ich weiß nicht, was er war. Professor, ich habe den Namen nicht im Kopf, aber ich habe das Buch tatsächlich auch oben noch. Das gab es in Deutschland gar nicht zu kaufen. Das habe ich auch nicht gelesen. Ich habe über dieses Buch gelesen. Ich habe es oben tatsächlich mehr als jemand kopiert und wenn man das dann liest und du dann auch noch weißt, Mensch, das sind ja Wissenschaftler, die das schreiben, dann wird das unheimlich glaubwürdig, was die da machen und das erhöht ja diesen Spannungsfaktor und dann diesen Aha-Effekt. Mensch, ich habe es doch immer gewusst. Wenn man aber dann älter wird und befasst sich damit und schaut sich die Methodik, wie ich gerade schon mal sagte, etwas genauer an, dann merkt man eben, dass die ganze Methodik eben darauf abzieht, etwas zu beweisen, was die beweisen wollten. Das ist dann so der Punkt, wo man skeptisch werden darf. Mir geht es da immer wie dem Fox Mulder aus den X-Akten. Der hatte ja immer dieses Poster im Hintergrund hängen, wo drauf stand, I want to believe. Und ich habe immer ganz viel rumgerätselt, ja, was bedeutet, ich möchte glauben. Entweder ich glaube oder ich glaube nicht. und irgendwann habe ich dann wirklich begriffen, was I want to believe bedeutet. Ja, I want to believe too. Ich würde das auch gern glauben, aber nee, ich kriege es halt leider nicht so ganz hin. Aber das Schöne ist dann, wenn man dann wieder an einen Punkt kommt, wo man sagt, ja gut, ich mag es vielleicht nicht wirklich glauben können, aber das schmälert doch meine Faszination nicht. Das macht es doch nicht weniger schön, sich damit zu beschäftigen. Spaß macht das allemal. Spekulieren macht auch Spaß, sage ich immer wieder. Manchmal, bei manchen Themen sehe ich nicht viel Sinn, darin zu spekulieren, aber bei manchen Themen macht es mir wahnsinnig Spaß, zu spekulieren. Ja, wo ich mich ausklinke, das sind halt eben solche Sachen, wie Reptiloiden in der Hohlerde und die Erde ist eine Scheibe und so weiter, das sind dann Sachen, da mag ich nicht drüber nachdenken, weil, ja, also da frage ich mich halt immer, ja, ihr lieben Leute, die Gegenantworten stehen in jedem Schulphysikbuch. Ja. Was aber voraussetzt, dass du die Schulphysik und Schulwissenschaften auch annimmst? Ja, natürlich, aber das, und viele nicht. Ich vergleiche das immer damit, was wäre, wenn, wenn sich jetzt einer hinstellte, würde sagen, es gibt keine, kein Sauerstoff, der existiert nicht, das können wir ja nicht sehen und es gibt auch gar keine Luft und ergo brauchen wir auch keine Luft. Es ist alles eine Kopfsache, wenn wir uns selber da disziplinieren und dann können wir durchaus auch auf dem Meeresgrund rumlaufen, weil wir müssen nicht atmen, es gibt ja kein Sauerstoff, würden das auch Leute glauben. Es gibt so ein Thema, mit dem konntest du mich früher jagen, zum einen sowieso mit den Reptiloiden, bin ich, gehe ich nicht so mit, aber es gab ja noch, also du hast vorhin angesprochen, schon diese Alien-Abductions, die Entführungen, konntest du mich früher auch mitjagen? Mittlerweile finde ich es ein bisschen spannender, aufgrund dessen, dass ich mich halt auch mit sehr vielen Leuten unterhalten habe, die sich damit beschäftigen und die Menge der Berichte von angeblich Entführten, die erstaunt mich und dass sich die Berichte ähneln, das sind Berichte, die über viele Jahrzehnte hinweg festgehalten wurden und viele ähneln sich halt stark, das ist halt auch zu denken. Das ist jetzt gar nicht unbedingt ein Wunder, dass die Berichte sich ähneln, das ist einfach in die Popkultur eingegangen und damit auch ins kulturelle Gedächtnis ein Stück weit und deshalb wundert mich das jetzt nicht, dass sich viele Berichte ähneln. Gewisse Dinge kehren oft wieder, ich werde jetzt wieder etwas plakativere Beispiele verwenden, kleine graue Personen um einen Meter Zehen, bestimmte Lichter, Zeitphänomene, fehlende Zeit, kleine Sonden in der Nase, solche Dinge, ja. Das sind Dinge, die haben sich über Jahrzehnte hinweg etabliert festgesetzt in den Köpfen und sind heute schon ein Teil des kulturellen Gedächtnisses. Insofern kann es einem Menschen, der wirklich fest davon überzeugt ist, dass schon was passiert ist. Da bin ich, da bin ich hundertprozentig sicher, selbst in Hypnose und selbst am Lügendetektor, gut, die sind auch nicht sehr genau, aber um jetzt diese Beispiele zu bemühen, durchaus gelingen, sowohl durch die Hypnose durchzukommen, glaubwürdig, als auch durch einen Lügendetektortest, weil man selbst so fest daran glaubt, weil das so fest im kulturellen Gedächtnis verankert ist inzwischen. Das ist ja erwiesen sogar, dass das so ist. Genau. Der Lügendetektor kann nur anzeigen, wenn du halt bewusst die Unwahrheit gesagt hast, wenn ich zu dir sage, heißt du Bärbel mit Vornamen, du sagst ja, wenn du nicht gerade selber davon überzeugt bist, dann wird der Lügendetektor ausschlagen. Genau, also selbst da kann man dann eben von dem festen Glauben, wie du es richtig sagst, aus der Person ausgehen. Ich bin wiederum der Meinung, auch, dass an den Entführungsgeschichten als solches etwas dran ist, insofern, als dass diesen Menschen irgendetwas psychisch, körperlich, in irgendeiner Form widerfahren ist. Das kann aber... Er hat ja auch nichts anderes gesagt. Dem wurde natürlich das so ausgelegt, ja, der hat gesagt, das sind... Nein, das hat er nicht. Das hat er nie. Der hat einfach genau fast das, was du jetzt gesagt hast, irgendetwas ist da passiert, sonst würden diese Leute das nicht erzählen und diese Leute lügen nicht, auf jeden Fall nicht bewusst. Aber auch da bin ich, glaube ich, bei Daniel eher der Meinung, dass wir hier, wenn wir tief genug graben würden, auf, wie soll ich es ausdrücken, glaubwürdigere Erklärungen ist vielleicht nicht der richtige Terminus in dem Fall, aber auf weniger spektakuläre Erklärungen stoßen würden. Ich möchte es mal so ausdrücken. Ja. Ja. Es gab aber auch Entführungsberichte aus Zeiten, wo das Ganze noch nicht so dermaßen breit getreten war, wie es jetzt seit einigen Jahren gemacht wird. Jetzt ist es natürlich in aller Munde. Das Thema ist überall im Internet. Jeder kann es jetzt überall nachlesen. Keine Ahnung, die letzten 20 Jahre, was weiß ich, kann sich da jeder online informieren, ohne Ende. Und es gibt so viele Bücher darüber wahrscheinlich wie noch nie. Es gibt Entführungsberichte aus Zeiten, da gab es noch lange kein Internet. Und da berichten Leute aus X und Leute aus Y und X und Y sind wahnsinnig weit auseinander. Die Leute kennen sich nicht und es kamen und es sind Berichte über dieselben Dinge. Das ist halt das, was mich immer so ein bisschen im Ist das wirklich so? Ist die Frage. Ist das nachweislich wirklich so? Das ist die Frage. Natürlich, also die Berichte hat ja jetzt, hoffe ich doch mal und nehme ich doch mal an, keiner jetzt irgendwie in der heutigen Zeit gefälscht, sondern man konnte die ja auch irgendwo damals schon in Zeitungen finden oder irgendjemand hat in einem frühen Buch drüber geschrieben, dass Herr X oder Frau X aus was weiß ich wo da erzählt, die ist von irgendwelchen Wesen irgendwo auf irgendein Fahrzeug irgendwie, was weiß ich, Raumfahrzeug an Bord genommen worden und hat da berichtet von Wesen, die sie gesehen hat, von Dingen, die hier passiert sind und ewig weit weg ist eben fast identisch dasselbe passiert. Das sind so die Berichte, die mich ins Grübeln gebracht haben. Ich gebe dir jetzt mal ein Beispiel. Wir gehen 300 Jahre in der Zeit zurück. Wir haben einen 300 Jahre alten Bericht von einer Entführung, den wir als Entführungsbericht interpretieren, weil er Informationen enthält, die uns sehr vertraut vorkommen. Objekte am Himmel, Lichter, solche Dinge halt, alles das, was du halt kennst. Seltsame, seltsame, leuchtende Wesen und so weiter und so fort. Gibt es Nürnberger Himmelsspotakel, gutes Beispiel, ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass es diese Art der Berichte schon sehr lange gibt, das ist richtig, aber wir haben keine Zeugenberichte, sondern wir haben, wenn es ein 300 Jahre alter Zeitungsbericht ist, ist keine Zeugenaussage. Es ist ein Bericht, den jemand mit seinem damaligen Wissen vor dem Hintergrund der damaligen Zeit vor dem Hintergrund noch der Aussagen der Betroffenen, wenn wir Glück haben, hatte. Wir bewegen uns in einer Zeit, in der kaum ein Mensch wirklich schreiben konnte. Das muss man sich einfach mal vor Augen führen in solchen Situationen, dass nur drei bis vier Prozent der gesamten deutschen Bevölkerung schreiben konnten damals. Das heißt also, so ein Bericht funktioniert in erster Linie mal im Stille-Post-Verfahren, bis er dann bei demjenigen landet, der das Ganze aufschreibt, kann das schon durch ich weiß nicht, wie viele Münder gegangen sein. Und wie glaubwürdig ist der Bericht am Ende noch? Und dann kommt im 20. Jahrhundert jemand daher, greift diesen Bericht wieder auf in einer Zeitung 1918, passt diesen Bericht unbewusst, weil das tut man automatisch, an das Wissen seiner Zeit an. Dann kommt einer 1918, und schreibt ein Buch, ich sag mal, ein Mensch, der ufologisch forscht und vielleicht auch gerne glauben möchte, I want to believe nach dem Motto, was er da schreibt, und tut das gleiche wieder. Dann haben wir eine Quelle, die unbewusst zumindest, mindestens dreimal verändert worden ist, über Jahrhunderte hinweg, und die von einem Menschen erzählt worden ist, der im festen Glauben ist, es gibt Gott, es gibt den Teufel, es gibt Dämonen und all dieses halt, und dem etwas widerfahren ist, was er auf Basis, oder sie, auf Basis des eigenen Wissens nicht erklären konnte. Und dann stellt sich die Frage, wie glaubwürdig sind die Berichte letzten Endes noch? Das ist sicherlich ein Argument, aber ich kann dazu eine Geschichte erzählen, ich habe eine gute Freundin, deren Namen ich natürlich nicht nennen werde, die mir so eine Geschichte anvertraut hat, sagt halt, dass sie das erlebt habe, und es heißt ja oftmals, Leute würden sowas erzählen, um sich wichtig zu tun. diese Frau ist der lebende Beweis dafür, dass das nicht stimmt, auf jeden Fall in ihrem Fall nicht. Die hat gesagt, ich erzähle dir davon nur, wenn du mir Stein auf Bein schwörst, niemandem davon zu erzählen, unter Nennung meines Namens. Ja, das ist eine Geschichte, die diese ganzen typischen Elemente halt eben enthält, und das ist eine Frau, die wirklich mit solchen Sachen, die kommt auch nicht aus dem Science-Fiction-Fandom, ich kenne die von wo ganz anders her, und die hat sich mit solchen Sachen auch niemals vorher beschäftigt, hinterher natürlich, ein bisschen, ja, und solche Fälle sind es, die mich halt eben ins Grübeln bringen, ich gebe dir da vollkommen recht, dass solche Berichte sich verfälschen, gerade im Laufe von Jahrhunderten, und ich bin, wie gesagt, selber Skeptiker, aber bei dieser Frau bin ich auch überzeugt davon, irgendetwas war da, weil die ist wirklich, als die davon erzählte, die geriet in helle Panik, je mehr die Geschichte halt eben Gestalt annahm, das fing ja alles ganz harmlos an, wie das bei solchen Geschichten eben ist, und je mehr das Ganze seinem Höhepunkt entgegen geht, wenn sie das erzählt hat, oder als sie das erzählt hat, umso aufgeregter und aufgekratzter war sie halt eben. Und trotzdem ist es nur eine Geschichte, die du nicht überprüfen kannst. Ja, natürlich, das bestreite ich ja gar nicht, aber rein intuitiv, was nicht zählt, das weiß ich, glaube ich ihr, dass sie irgendetwas erlebt hat. Ich bin, wie gesagt, da selber, ich bin massiv skeptisch, klar. Ja, ich kenne die ganzen Argumente, die dagegen sprechen, auch, ich habe diese Argumente auch verinnerlicht, ich weiß, dass das Tatsachen sind, dass, wie bei Star Trek mal so schön gesagt wurde, auch am anderen Ende des Universums zwei und zwei gleich vier ergibt und nicht fünf oder drei, völlig klar. natürlich ist es nur eine Geschichte, selbstverständlich, aber wir haben nun mal alle ja eine menschliche Intuition und ich behaupte mal, ich kann ganz gut einschätzen, zumindest in persönlichen Gesprächen, ob jemand bewusst lügt. Das behaupten viele von sich, aber so arbeitet man eben in der Wissenschaft nicht. Das ist mir völlig bewusst, das ist mir völlig bewusst, ich sage ja auch nicht, dass das unabdingbar jetzt alles so sein muss, sondern dass das halt einer der Gründe ist, warum ich diese Geschichten mit einer gewissen Vorsicht ist es falsche Wort, ja, aber warum ich solche Geschichten mit einer gewissen Skepsis zwar betrachte, aber immer auch mit dem Hintergrund vielleicht passiert diesen Leuten, was ja der menschliche Geist ist zu unglaublichen Sachen imstande und das ist im Gegensatz zu anderen und Sachen eine wissenschaftliche Tatsache und wir wissen es einfach nicht, natürlich, sowas kann man ja auch gar nicht wissenschaftlich überprüfen, wenn ich zu dir sag, Reinhard, gestern Abend habe ich ein UFO gesehen, groß und schön war es, orange war es, dann war es grün, dann war es blau, da oben am Himmel hing es, das war gestern Abend um Viertel nach acht, ja, wie willst du denn das jetzt wissenschaftlich überprüfen noch? Dann würde ich deinen Appleboy-Keller überprüfen als erstes. Erst bei der Alkohol, das Alkohollager gecheckt. Ja, aber ihr versteht, was ich meine, natürlich kannst du das nicht wissenschaftlich untersuchen. Nein, wir bekommen ständig solche Berichte. Ich habe erst die Tage wieder einen Anruf bekommen von jemandem, der auch gesagt hat, ich möchte so gerne meine Geschichte erzählen, aber ich möchte auf gar keinen Fall, dass das veröffentlicht wird. Nee, das will sie eben nicht, die wollte das nicht erzählen, das ging einfach nur drum, die hatte durch diverse Umstände halt eben rausgekriegt, dass ich mich mit so Sachen beschäftige, das ist auch lange her, also das war nicht vor je Woche und das war nicht vor drei Jahren, die wollte es eben nicht erzählen, sondern ich war dann, ich meine, man ist ja da neugierig, wenn jemand Andeutungen macht und dann sagt, erzähl doch mal, etc., genau das war nicht der Fall, ja, wenn ich zu der sagen würde, hier komm, wir gehen in den Podcast, da erzählst du das mal, da kriegst du so ein schwarzes, so ein Schatten da und die Stimme wird so verfremdet da eben, da würde die sagen, geh zum Teufel. Aber wie gesagt, bekommen wir auch ständig Anrufe, E-Mails, WhatsApp-Nachrichten, die Leute sagen, bitte meine Geschichte auch nicht erzählen. ich will einfach nur die loswerden, ich habe mit dem ganzen Zeug nichts am Hut, für die ist das bis zu dem Tag irgendwie Humbug gewesen. Natürlich, da bin ich auch bei Reinhardt, bei mir ist das so eine Mischung aus euch beiden, ich lehne das nicht ab, was die Leute erzählen, aber für mich ist nur Fakt, was ich greifen kann, was ich sehen kann, was ich selbst gesehen habe oder was in irgendeiner Art und Weise irgendwie halt untermauert ist. Also ich oute mich jetzt mal ganz kurz mit einer Geschichte, die mir selbst auch passiert ist. Also nur, das ist tatsächlich schon, ich war noch jung und ich war mit einem Freund abends unterwegs, wir hatten eine Bekannte besucht und waren nachts im Dunkeln auf dem Nachhauseweg. Mit einem Mal und ich meine auch wirklich mit einem Mal, weil wir haben es überhaupt nicht bemerkt, waren zwei Lichter hinter uns, Autolichter. Egal wie schnell oder langsam wir fuhren, der hielt immer den gleichen Abstand. Also sah im Rückspiegel wirklich so aus, ja. Also das heißt, mein Freund, ich hatte damals keinen Führerschein, fuhr knapp 100 auf einer 70er, der fuhr knapp 100, der fuhr 60, der fuhr 60. Wir blieben stehen, der blieb stehen und so weiter und so fort und wir haben richtig Angst bekommen schon und wir konnten im Rückspiegel wirklich gar nichts erkennen, außer diese beiden Lichter. Der scheint auch zwischendurch mal Fernlicht angeschaltet zu haben und solche Dinger und irgendwann kam ein Gleisübergang, ein Bahnübergang. Ich hatte die Nase gestrichen voll und dann sagte ich zu meinem Bekannten, zu meinem Freund, weißt du was, ich steige jetzt aus und greife mir den. Steige aus, also öffne die Tür, steige aus dem Auto aus, gucke in die Richtung und da ist gar nichts und ich meine wirklich gar nichts, kein Auto, kein nichts und ich war aber trotzdem davon überzeugt, die Lichter des Wagens im Rückspiegel noch gesehen zu haben, vorher. Jetzt habe ich natürlich lange darüber nachgegrübelt, was war das, wieso, ich habe auch keine Straße gesehen, wo man abbiegen konnte oder so und dann mit der Neigung, die man oft als junger Mensch hat, wenn man Erich von Däniken liest und wenn man Bücher über Leben nach dem Tod liest und solche Dinge halt tut, dann kommt man irgendwann zu dem Entschluss, da ist irgendetwas hinter dir gewesen, nicht irgendjemand, sondern irgendetwas und wird man älter und lässt die Geschichte weiter Revue passieren, dann fällt einem plötzlich ein Mensch, du bist durch eine Gegend gefahren, wo es viele Bauernhöfe gibt, mit anderen Worten, sehr viele Einfahrten auch existieren, du hast auf dem Beifahrersitz gesessen, hast in einen Rückspiegel geguckt, der gar nicht auf dich eingestellt war und und und, also nur um das jetzt mal so, ich glaube du verstehst worauf ich hinaus will Daniel und je länger die Geschichte also her ist und je mehr ich darüber nachgedacht habe, desto mehr natürliche Erklärungen sind mir dafür eingefallen, warum ich mich so geirrt habe und ich gehe heute, ich sage heute, warum ich mich so geirrt habe und dachte, der ist hinter uns, obwohl er wahrscheinlich schon eine Weile weg war. Ja. Das hört sich für mich so an, als wäre das irgendeine Spiegelung gewesen, dass da durch irgendwas eure eigenen Scheinwerfer sich gespiegelt haben, weil was mich da dran, was ich da auffällig fand, war das, der immer exakt so schnell gewesen ist wie ihr. Ja, hatte ich auch im Kopf. nach einer Spiegelung. Ja, was auch immer, was auch immer, es hat uns damals Angst gemacht, das ist halt das, was ich damit zum Ausdruck bringen wollte. Für mich war jahrelang, dass da etwas, und ich betone das einfach so, etwas hinter uns gewesen ist. Und erst im Laufe der Jahre, auch natürlich mit steigendem, ich sage mal, mit steigender Beschäftigung mit dem Thema, mit steigendem Wissen, mit abgeklärterem Denken durch zunehmendes Alter und was halt alles eine Rolle im Leben spielt, ist diese Geschichte für mich dann halt in den Bereich meiner Mythen und Legenden abgerutscht. Ja, wo ich dann... Wie gesagt, vielleicht, vielleicht haben diese Sachen, ich darf nur noch mal erklären, diese Frau hat mir erlaubt, davon zu erzählen, damals schon, ich darf nur den Namen nicht nennen oder Hinweise darauf geben, wer sie ist. Nicht, dass das irgendjemand jetzt sagt, ja, der ist aber ganz schön indiskret, wenn er das versprochen hat. Nein, sie hat nur gesagt, solange du dir nicht zu erkennen gibst, wer ich bin, und da ist das okay. Ja, das mag einen völlig natürlichen und erklärlichen Ursprung haben, vielleicht im Falle von Alien Abductions allgemein, einen Unerfreulichen. Wie gesagt, die Sache, die du da erzählt hast, mein erster Gedanke war, eine Spiegelung. Ja, sowas gibt es ja. Ich hatte gerade neulich, ich sitze hier hinter mir auf der Couch, gucke aus dem Fenster und sehe den Mond dreimal und sage zu meiner Frau, sage mal, habe ich irgendwas mit den Augen? Ich sehe den Mond dreimal. Und meine Frau kam und hat gesagt, ja, das kommt durch die Doppelglas-Scheibe. Und das ist mir vorher noch nie aufgefallen. Ich fand das in dem Moment faszinierend. Da waren drei Monde nebeneinander, die waren schön so quer versetzt und ich habe gedacht, also ich habe jetzt nicht gedacht, oh Gott, oh Gott, da draußen ist es UFO, sondern ich habe gedacht, du hast irgendwas mit dem Auge. Das war mein Gedanke, deswegen habe ich meine Frau gefragt. Ja, aber es gibt halt eben solche Sachen. Optik, das ist eine interessante Geschichte und da können coole Sachen passieren. Ich erinnere auch noch mal an mein Erlebnis. Ich habe es ja schon tausendmal erzählt. Ich hatte ja, als ich 16 war, mit zwei Freunden zusammen, sagen wir mal eine UFO-Sichtung, das war ja ein unbekanntes Flugobjekt offensichtlich. Wir sahen eben dieses Dreieck am Himmel, das sich wahnsinnig schnell im Zickzack-Muster bewegt hat. Da war ich 16, hatte mit all dem auch noch nichts am Hut und das war vermutlich dann auch der Anstoß für all das hier im Endeffekt, Jahre später. Wir haben ein Dreieck am Himmel gesehen mit einem Licht in der Mitte. Ein dunkles Dreieck mit einem Licht in der Mitte. Keiner von uns wusste irgendwas damit anzufangen zu dem Zeitpunkt. Wir hatten tierische Angst. Es war relativ nahe, würde ich jetzt mal sagen. Ich weiß ja nicht, wie groß es war. Und ich sage bis heute, ich habe keine Ahnung, was es war. Ich sage nicht, dass es außerirdische Technologie war. Ich weiß es aber nicht. Ich weiß auch nicht, ob es irgendwelche irdische Technologie war. Ich weiß nicht, was es 1996 in der Richtung gegeben hat. Drohnen in der Form, wie wir sie jetzt für den Privatgebrauch haben, kannten wir damals auf jeden Fall noch nicht. Und das Ding hat sich so dermaßen blitzschnell bewegt. Und wie gesagt, ich bin auch skeptisch mit all diesen, ich bin mega skeptisch all diesen Dingen gegenüber. Ich glaube bei weitem nicht jede UFO-Sichtung, von der ich höre, schon gar nicht, glaube ich als erstes an außerirdische Technologie, wenn mir jemand davon erzählt. Ich überprüfe alles zehnmal, zwanzigmal und versuche, genau wie Reinhard sagt, erst mal das Logischste mir herzuholen und alles Naheliegende auszuschließen bis zu dem Punkt, bis du vielleicht dann irgendwo hinkommst, wo du sagst, ab jetzt wird es schwierig, das irgendwie zu erklären. Und so ging es mir damals auch und so analysiere ich meine Sichtungen von damals auch, heute noch. Das wurmt mich, macht mich richtig fuchsig, dass ich nicht rausfinden kann, was wir da damals gesehen haben. Es war eben ein krasses Dreieck, das sich blitzschnell in Bruchteil von Sekunden am Himmel bewegt hat, im Zickzackmuster und dann wie in Stein gemeißelt stehen blieb auf einmal wieder. Also die Fliehkräfte hätten ja jeden Menschen wahrscheinlich das Leben gekostet, der da drin sitzt. Wenn es bemannt gewesen wäre, sag ich mal, das weiß ich ja nicht. Es ist eben bis heute unerklärlich. Ich habe da echt versucht, mir alles Mögliche herzuholen bis jetzt. Und ich sage immer noch nicht, es ist außerirdische Technologie, vielleicht gab es ja auch damals schon was irdisches, das ich mir heute noch nicht erklären kann oder nicht kenne. Ich denke, das sind oftmals auch Sachen, wo man, ja, das sieht dann ungewöhnlich aus und man kommt da auch gar nicht drauf. Also da erinnert mich an einen anderen Fall, dass eine Freundin, die hätte nichts dagegen, wenn ich das erzähle, aber die kennt eh jetzt hier niemand. Du, ich sehe manchmal abends ein UFO. Habe ich gesagt, ja, ja, klar, ich auch. Und da sagt er so, nee, ohne Scheiß, ich sehe manchmal abends ein UFO. Und dann war ich abends mal bei ihr und siehe da, da war ein komisches, flimseriges Ding am Himmel, das da hin und her schwimmelte, nicht allzu schnell. Ich sage, was ist das denn, um Himmels Willen? Und dann sind wir rausgegangen, die wohnte in der Nähe, also wohnte ein bisschen abgelegen, ging da ins Feld rein, da sind wir ein Stück ins Feld reingelaufen und dann war das von einer Disco, so eine Laser-Lichtreklame, das war ja in den 80ern und 90ern ganz, ganz angesagt, so was. Das haben sie irgendwann, ob es verboten ist, weiß ich nicht, aber es wurde reduziert, weil da eine gewisse Gefahr für den Flugverkehr ja ausging. Und das sah wirklich, das sah absolut strange aus. Die sagte, da guck, da ist das UFO wieder und das fliegt da jetzt hin und her für ein paar Minuten und dann ist das wieder weg und ich habe gedacht, ich traue meinen Augen nicht. Ich habe gesagt, das gibt es ja nicht in verschiedenen Farben, du konntest gar nicht beschreiben, wie das eigentlich aussah, das war so ein Geflimser eben. Da habe ich gesagt, ich möchte jetzt wissen, was das ist. Dann sind wir raus, Stück ins Feld rein, dann sahst du halt eben den Ursprung, dass das vom Boden kam, wo diese Disco war, da haben sie halt das hochgestrahlt da. Das sind oftmals Sachen, da denkst du einfach nicht dran. Das ist in dem Moment, du siehst so etwas, das ist unerwartet. Ja, du rechnest ja nicht damit, das zu sehen und dann schaltest du ein Stück weit auch deine objektive Beobachtung aus. Ich kann das absolut nachvollziehen. Das ging mir da auch nicht anders und ich weiß, wenn ich das nicht herausgefunden hätte, halt eben, ich würde mir da auch heute noch Kopfgedanken machen, das ist noch nicht so lange her, das war vor 20 Jahren vielleicht. War ja fast gestern. Bitte? War ja fast gestern. War ja fast gestern, ist es noch nicht so lange her. Ja, gut, 20 Jahre ist aber nicht, bei der Bekannten, wo ich erzählt habe, das muss 40 Jahre oder so her sein. Aber guck, so einfach kann es manchmal sein, die Erklärung. Und vielleicht kommt die Erkenntnis manchmal auch erst spät. Aber man muss eben alles ausschließen. Man muss wirklich erst mal die naheliegendsten Dinge sich herholen und auch dafür offen sein, dass man das auch rausfindet. Möchte man es wirklich rausfinden oder möchte man lieber dem Wunsch hinterherrennen, dass es das ist, was man sich erhofft, dass es ist. Und deshalb finde ich ja auch dieses Thema halt so spannend, weil wir eben jetzt gerade in einer Zeit leben, in der es viel rauszufinden gibt. Offensichtlich. Ja, wir leben in einer sehr angespannten weltpolitischen Lage und ich glaube, weder die Chinesen wissen, was die Amerikaner in der Entwicklung haben, noch umgekehrt. Und darauf würde ich auch tatsächlich viele Sichtungen, wenn auch zurückführen, auf ähnliche Phänomene dieser Art, ebenso wie Thorsten schon sagt, auf Spionage. Aber wir leben halt in einer sehr spannenden Zeit, was das anbelangt, in der wirklich, ich hoffe, dass auch dieser ganze Zweig der UFO-Forschung in die universitäre Forschung übergeht. Dass da eben auch wirklich Astrophysiker, Physiker, Chemiker, Mathematiker, Biologen rangehen, Astronomen rangehen und so weiter, die sich gut dokumentierten Funden annehmen, weil es gibt gut, das sagst du ja auch, es gibt gut dokumentierte Funde, die sich eben letztlich doch nicht erst mal erklären lassen im Moment, um da eben wirklich Forschungsarbeit zu leisten. Egal, was dabei rauskommen mag. Spannend, wie du sagst, wird das auf jeden Fall sein. Und mehr Leute wie Avi Löb. Und letzten Endes wird sich die Frage stellen, möchte man glauben oder möchte man wissen? Richtig. Ich ziehe es vor, zu wissen. Gefällt mir besser. Ich ziehe meistens vor, zu wissen, aber manchmal möchte ich einfach gern auch glauben. Und ich pack's aber nicht. Ich schaffe es nicht. Manchmal möchte ich das Wissen missen, sozusagen. Ja. Das Wissen manchmal missen dürfen. so geht's uns allen wahrscheinlich. Aber hey, jetzt haben wir uns so lange verquatscht auf dem Thema. Wir sind gar nicht zu dem Thema gekommen, das wir eigentlich ansprechen wollten. Das machen wir dann ein anderes Mal. Wollte ich gerade sagen, machen wir dann beim nächsten Mal. Das wird sonst zu lange hier heute. Wir sitzen echt schon eine ganze Weile jetzt. Lass uns zum Abschluss noch mal ein bisschen Werbung für euer neues Werk machen. Die Star Trek Chronik Teil 3. Erzählt mir noch ein bisschen was darüber. Ja, das ist das aktuell noch neueste Werk, weil das allerneueste Werk, das ist in Arbeit gerade. Das ist nämlich dann die Star Trek Chronik Teil 4. Die Star Trek Chronik Teil 3, die ist erschienen im vergangenen Dezember, rechtzeitig zu Weihnachten. Hat wie viele Seiten, Herr Kollege, 750 so um den Streich? Ich glaube, 756 sind es, glaube ich, mit allem zusammen, ja. Und ist, behaupte ich mal, das umfangreichste Buch über Star Trek The Next Generation von deutschen Autoren. Also ich weiß nicht, ob es in Amerika überhaupt auch eins gibt, das so umfangreich ist. Also wir behandeln darin, ich will jetzt nicht alles erzählen, ein bisschen will ich dem Reinhard auch noch übrig lassen. Wir behandeln darin sämtliche Episoden, die es von Star Trek The Next Generation gibt, rezensieren diese Episoden. Wir erzählen viel über die Hintergründe. Wir haben interessante Interviews da drin, zum Beispiel mit Ernst Meinke, das ist der zweite deutsche Sprecher von Captain Picard. Und jetzt übergebe ich an den Reinhard, dass der weiter erzählen soll, sonst habe ich nämlich alles schon hier vorweggenommen. Danke, das ist lieb von dir. Ja, zuerst kommt man jetzt ja vielleicht auch darüber auf den Gedanken, warum wir überhaupt hier sitzen. Also gar nicht unbedingt, weil wir jetzt das Buch geschrieben haben, der Daniel, wir kennen uns ja schon lange inzwischen, wir waren schon öfter hier. Thorsten und ich schreiben tatsächlich über Science-Fiction-Filme und Serien, über Fantasy, ich mehr über Fantasy, Thorsten über Horror. Aber wir sind sehr stark im fantastischen Genre unterwegs und wir beide teilen mit Daniel die Leidenschaft, uns seit unserer Jugend eben auch mit Paioseti und Ufologie zu befassen. Das nur mal so, damit ihr überhaupt erst mal wisst, wer wir sind. Ich glaube, das haben wir noch gar nicht getan. Wir haben uns gar nicht vorgestellt am Anfang. Und unser unser Hauptaugenmerk liegt autorisch gesehen auf Star Trek im Buchsektor. Und da haben wir eben eine ganze Reihe jetzt schon rausgebracht. Ich habe es ja gerade schon gezeigt, hier einmal dieses Star Trek-Chronik, von denen es halt auch, wartet mal, ich habe hier so ein paar Dinge dabei, jetzt muss ich mal rutschen, eben auch inzwischen schon mehrere gibt. Also drei, ich kann nur zwei halten davon. Und das ist tatsächlich mit 756 Seiten das umfangreichste. was wir gemacht haben. Es sind Interviews mit Doug Wechsler. Ich weiß nicht, viele von euch sind hoffentlich Star Trek-Band. Bei Daniel weiß ich ja, dass er sehr gerne Star Trek liest. Wir haben ja auch schon Büchertausch ausgemacht, wir beiden. Und gehen da mit sehr großer Leidenschaft, aber auch mit Fachwissen ran, um Star Trek in die heutige Zeit zu heben, um also die Serien aus der heutigen Zeit zu beleuchten einmal, aber eben auch Informationen zu liefern, die man eben vielleicht nicht so sofort oder ohne weiteres im Internet findet. Man denkt heute immer, ja gut, ich gehe nach Memory Alpha, da habe ich alles, was ich brauche, aber das ist bei weitem nicht so. Es gibt sehr viel dort nicht zu finden, was wir versuchen auszugraben. Ja, wichtiger Punkt ist immer die Sicht aus heutiger, also die heutige Sicht darauf, weil Star Trek The Next Generation darf man nicht vergessen, ist ja mittlerweile auch schon, jetzt haben wir 2000, ist schon 29 Jahre, 30 Jahre, ja, 29 Jahre nicht ab, also beendet die Serie. Die letzte Folge lief 1994 in den USA. Es hat sich ja vieles geändert, auch an den Sehgewohnheiten vom Publikum, da gehen wir drauf ein. Genau, und es ist so, vor allen Dingen jetzt bei dem letzten Werk, bei TOS, da war das halt oft so, dass sehr viele Fans, die so lange Fans sind, wie wir eben auch, also Thorsten und ich haben tatsächlich als kleine Jungs in den 70er Jahren klassisch vor dem Schwarz-Weiß-Fernseher oder ich weiß nicht, ob Thorsten schon Bund hatte, wir hatten gerade den ersten Bund-Fernseher, weil ja Olympiade lief. Deswegen hatte mein Papa den ersten Löwe-Obter-Bund-Fernseher, die älteren Zuhörer werden das sicherlich noch kennen, Löwe-Obter. Wir hatten einen ITT, ein Farbfernseher von ITT, das war aber, als die Wiederholung von Star Trek lief, 1978, da hatten wir auch ein Farbfernseher, aber als die erste Ausstrahlung lief, das war noch Schwarz-Weiß. Genau, 78, ich hatte letztens mal 80 gesagt, da hatte ich mich vertan. Das ist tatsächlich unser Job, wir haben das große Glück, dass wir das jobmäßig tun dürfen und mit unserem wundervollen Kollegen Björn Sülter, der die Idee dazu hatte, das zu machen und Thorsten und mich glücklicherweise einlud und so sitzen wir jetzt alle drei in einem Boot und schreiben mindestens einmal im Jahr ein so eine Chronik, bis alle Serien und alle Filme behandelt sind und sind da sehr stolz drauf und wir glauben, dass wir hier etwas für das deutsche Fandom schaffen, was es in der Form noch nie gegeben hat und wir glauben auch, dass wir so schnell nicht wiedergeben. Das wage ich auch zu bezweifeln, zumal wir ja zumindest bei den, ich sage jetzt mal mittlerweile eingestellten Serien, Star Trek Enterprise ist der erste Band, Star Trek, die Originalserie ist der zweite, Next Generation der dritte, die Serien sind ja alle auch abgeschlossen und da kommt ja auch nichts mehr nach, also von den Serien selber natürlich. Es gibt Star Trek PK, aber das ist halt eben Star Trek PK und nicht mehr Star Trek The Next Generation und ergo sind das schon Komplettwerke und über PK, wie gesagt, wird das vierte Buch sich drehen, das entsteht gerade. Da sind wir noch dran und der Björn Sülter bringt die alle in seinem Verlag in Farbe und Bunt dann auch raus und wir freuen uns über jeden Leser und ganz davon abgesehen haben wir hier noch so zwei Klamotten, Thorsten und ich machen ganz viel zusammen, wir hatten ja Hamilton schon erwähnt und viele von euch sind wahrscheinlich Captain Future Fans noch und da haben wir tatsächlich auch hier das Weiß von dem Green Screen ist doof, das einzige Captain Future Buch geschrieben, was es tatsächlich über die Serie überhaupt gibt, hat es vorher nie gegeben und jetzt letztens haben wir noch das hier, ich glaube da sind viele Fans dabei, das liebe Firefly, Firefly und Joss Whedon die Serie, die schönste innerhalb kürzester Zeit abgesägte Serie aller Zeit, so sehe ich es auch und ja das ist halt das, was wir jobmäßig so tun und das ist glaube ich einer der Gründe, warum Daniel uns hin und wieder einlegt. Ja natürlich, immer wieder spannend, immer wieder interessant, die Bücher, wir werden ja ein bisschen Bücher tauschen, ich hoffe ja, dass ich dann mal irgendwann dazu komme, das auch zu lesen, dass es nicht nur wie der Rest der Bücher hinten im Strang steht, die ich schon seit Monaten versuche zu lesen, komme immer nicht dazu, so viel zu tun. Sowas hast du, wirklich, sowas hast du und unvorstellbar. Wahnsinn, oder? Jetzt ist der Greenscreen davor, dass man sie nicht mehr sieht, aber... Weißt du, wie groß der Stapel bei mir ist? Das ist wirklich schlimm, weil das sind alles ganz tolle Sachen von Kollegen teilweise auch, die ich persönlich kenne und die dann auch alle ganz traurig sind. Ich habe gesagt, Leute, mein Tag hat auch 24 Stunden und jo. Das Blöde ist ja, dass wir alle, und das geht ja auch so, Daniel, im Grunde genommen nur das lesen können, was wir müssen zur Vorbereitung. Das geht uns allen so und das ist bei mir auch so. Wir haben, ich habe jetzt für TNG wirklich wahnsinnig viel gelesen und habe da auch sehr viel aus der Literatur zitiert und und um einfach den Leserinnen und Lesern ein paar Quellen an die Hand zu geben. Die jüngere Fans, die ältere Fans werden die meisten kennen, aber die jüngere Fans eben nicht so kennen. Das ist unheimlich zeitaufwendig und manchmal ist es leider so, dass man ganz tolle Bücher, ich habe jetzt auch noch ein ganz tolles Buch heute erst bekommen von einem ganz lieben Kollegen, liebe Grüße an Dr. Michael der Kloy von hier aus. Ich habe schon reingeschaut und habe das Vorwort schon gelesen und ich hoffe, dass ich wenigstens dazu komme, einige Aufsätze zu lesen, aber es geht mir sonst so wie euch auch und es ist schade, aber es ist halt so, wenn man Podcasts macht oder auch wenn man schreibt beruflich, ich glaube, das ist sehr ähnlich von der Vorbereitung ist, dann hat man wirklich nur noch Zeit, das zu lesen, was man muss. Ja, ich lese das schon, aber es dauert halt eben. Ich bin immer kein Fan von so Etappenlesen oder so, dann irgendwie mal zwei Wochen nicht und dann mal wieder eine Woche. Nee, nee, das mache ich auch nicht. Möchte dranbleiben. Ich lese für gewöhnlich, ganz klassisch, gern abends im Bett, habe auch noch ein Däniken, also ein Anführungszeichen Däniken, das ist einer der Bände mit ausgewählten Artikeln aus sagenhaften Zeiten. Da gibt es ja diese, früher hieß diese Reihe mal kosmische Spuren und jetzt weiß ich nicht, verschiedene Titel davon entband. Das sind Sachen, die lese ich dann klassisch im Bett. Gut, heute jetzt vielleicht da nicht mehr, aber ich lese es schon, es kann halt manchmal dauern. Vielleicht gehen wir irgendwann mal in Rente und dann lesen wir aber. Dann lassen wir vorlesen. Dann lassen wir vorlesen. Von unseren Dienern. Ich schaffe meistens im Urlaub etwas zu lesen, also ich bin, das habe ich glaube ich hier noch gar nicht erwähnt, ich bin ja nicht nur Science-Fiction-Fan, sondern ich bin ein unheimlich großer Robin Hood-Fan, also mag diese Figur sehr gerne und habe auch sogar ein wenig Mittelenglisch gelernt, um die Balladen lesen zu können, also wirklich in Mittelenglisch auch lesen zu können und musste mir erst mal erklären lassen, dass das auch Mittelenglisch ist und solche Sachen. Aber ich bin da wirklich ein sehr großer Freund und großer Fan von und da habe ich wirklich das, meiner Meinung nach, beste deutsche, wirklich Referenzwerk in deutscher Sprache von der Frau Dr. Klinger von der Uni Potsdam, auch wieder liebe Grüße von hier aus an Frau Dr. Klinger gelesen. Das hat mich sehr begeistert und im Urlaub schaffe ich dann sowas tatsächlich auch mal in drei, vier Tagen durchzulesen. Und ich hatte mir das dann als E-Book geholt, das Ding und weil es mir so gut gefallen hat, hatte ich es mir als Print nochmal hinterher geholt, um es eben halt verwenden zu können als Zitatquelle und sowas halt. Als halt eine wunderschöne Sekundärliteratur eben auch ist. Ja, das kann man gut vorstellen. Bestimmt auch sehr spannend. Robin Hood habe ich früher auch geliebt. Ja, es ist ein ganz tolles Thema. Also es geht natürlich ein wenig weiter. Da gehört natürlich noch ein bisschen Wissen über das Mittelalter dann dazu und über die Zeit zumindest, in der wir uns da bewegen, welche Könige herrschten und so weiter und so fort. Aber so der Fokus liegt schon tatsächlich da auf Robin Hood. Und das ist so ein Hobby, was ich viel zu selten frönen kann, obwohl ich interessanterweise mögliche, ich glaube sogar, es ist so, zumindestens habe ich mehr als Frau Klinger selbst, ich glaube, ich habe so eine der größten deutschen Filmsammlungen zum Thema Robin Hood. Sind aber auch ganz schöne Gurken bei, mein Lieber. Da sind einige, da sind viele Gurken bei, sind aber auch viele Töne dabei. Und es gibt, weiß ich nicht, es gibt um die 80 Verfilmungen rum, so wie ich es bis jetzt recherchieren konnte. Und ich habe, ich glaube, jetzt 52 oder sowas. Und man kann natürlich sagen, mein Gott, immer, immer wieder Filme ums gleiche Thema. Meine Liebste ist und bleibt die mit Errol Flynn. Ja, das ist selbstverständlich. Das ist Errol Flynn und dann natürlich Kevin Costner als zweites. Kevin Costner als der mit dem Bogen schießt, wie ich immer sage. Der mit dem Bogen tanzt. Der mit dem Bogen schießt, heißt das. Gut, das eben jetzt auch noch mal so nebenbei kurz erwähnt am Ende. Ja, danke auf jeden Fall, Männer. Das war wirklich wieder sehr spannend und ich hoffe, wir können das noch ganz oft wiederholen, wenn wir alle Zeit haben. Ich werde natürlich alles Nötige verlinken zu euren Büchern, die Links natürlich hier unter der Folge einfügen. Selbstverständlich. Und da würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Bleibt noch zwei Minuten bei mir. Und für alle anderen sage ich vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020